Bratsche klingt viel schöner. Natürlich. Und wir haben natürlich keine hell klingende E-Saite, so wie Gaiden. Wir haben dafür eine dicke, schöne C-Saite. Und es klingt natürlich auch sehr warm, wenn wir spielen. Und ein Witz, Bratsche brennt länger als Geige. Oh Gott. Weil die Bratschen die coolsten sind. Also wir finden Witze super. Es sind teilweise blöde Witze, aber es gibt ein paar fantastische. Ich denke, es ist auch, weil die Bratsche nicht so bekannt ist. Und dann vergleichen die irgendwelche witzige Sachen. So wie, wieso hat Klopapier drei Lagen und wie kann man vergleichen mit Bratsche. Das ist doch so komisch. Aber es ist jetzt... Früher haben nur die schlechtesten Geiger Bratsche gespielt. Deswegen gibt es jetzt solche Witze. Aber ich glaube, diese Zeit ist schon längst vorbei. Genau. Die Niveau ist viel größer und viel besser. Viel besser, viel höher. Ja, damals waren die Bratschen natürlich auch langsamer und... Ach, die Bratsche ist Seele von einem Orchester. Also niemand kann so schön traurig spielen wie eine Bratsche. Und guck mal, wenn ich jetzt ein C-Moll spiele... Ich werde gleich schmeißen. So, das war's! Viel Spaß! Tschüss! Tschüss! Das war's! Tschüss! Vielen Dank.